Das erste Mal war man stolz, wenn man in Leutsch als Trainer arbeiten durfte. Das war für mich eine echte Herausforderung. Ich bin ja wie eine Mutter zu einem schnellen Kind gekommen. Hans-Günter Hänsel, der damals als Sektionsleiter sagte, nachdem ich um meine Freigabe gebeten hatte, weil es bei mir selber nicht ganz so klappte und ich mit meinem Rücken permanente Probleme hatte. Ich wollte weiter Fußball spielen, aber eben nicht mehr leistungsmäßig. Und da hat er gesagt, okay, die kriegst du, aber guck mal zum Fenster raus. Sonst steht deine Mannschaft. War eine Knabenmannschaft, die zweite Knaben und das ist ab morgen deine Mannschaft. Der Trainer geht zur Armee. Da habe ich gesagt, ja, ich mache das. Im Vergleich zu heute katastrophal. Ich habe ja selber noch Nachwuchsoverliga gespielt gehabt. Wir hatten eine große Kabine, da waren kaum Kleiderhaken an der Wand, Schränke schon gar nicht. Wir hatten wenigstens so eine Bank, die du hochklappen konntest, wo die Fußballschuhe und ein paar Klamotten drin waren. Wir mussten noch über den Hof zum Duschen gehen, weil das noch im Hauptgebäude eine Dusche gab. Also das ist mit heute absolut nicht vergleichbar. Das waren Bedingungen. Aber wir haben sie alle akzeptiert. Es gab ja damals, wenn du auf dem Land gespielt hast, noch Situationen, wo du die Straßen und Aluminiumschüssel waschen musstest. Aber das ist lange, lange her. Und solche Geschichten, die kommen immer wieder mal, wenn man sich mit den alten Sportkameraden trifft. Aber das ist eine Sache, die hat er noch härter gemacht. Man war nicht zu verwöhnt. Man war eigentlich insgesamt bescheidener. Aber fürs Leben war das schon ganz, ganz wichtig, weil es eben nicht so sprunghaft nach oben ging, sondern peu a peu. Ja, ich habe ja Abitur mit Berufsausbildung gemacht, habe dort Maucher gelernt, weil ich eigentlich erst Bauwesen studieren wollte. Und Chemie hat für den Ausbau des Stadions, nachdem sie Meister waren und dann Georg-Schwarz-Sportpark um, heute Alfred-Kunze-Sportpark um, gestaltet werden sollte, Arbeitskräfte gesucht. Da haben wir uns als junge Burschen, ich glaube, das muss zwischen der 9. und 10. Klasse gewesen sein, dort haben wir uns gemeldet. Junge, kräftige Burschen-Sportler waren wir ja. Und da haben wir die schweren Traversensteine getragen. Und ich habe gerade dort vor dem Haupthaus, wo die Sitzplatztribüne ist, dort habe ich Steine mitgelegt. Das war eine harte Arbeit. Ich weiß nicht, was wir damals gekriegt haben. 5 Mark, glaube ich, die Stunde, aber das war ein gutes Feriengeld. Und das hat geholfen, die Freizeit ein bisschen aufzubessern. Ich habe aus den beiden Jahrgängen, das waren die Jahrgänge 59 bis 61, da haben sie immerhin 11 Spieler, glaube ich, in die erste Mannschaft von Chemie geschafft. Uwe Zötze ging dann weg. Er wurde ja zur Kinder- und Jugendsportschule delegiert. Da hat es sogar ein bisschen die Nationalmannschaft geschafft. Aber solche Namen wie Barth, Stieglitz, Ilke, Reimer, Weiß, Norman Schubert, das sind schon einige. Die Hans Leitzke, die also dort einen guten Weg gemacht haben, die lange auch der Chemie treu geblieben sind. Natürlich war das früher auch anders als heute. Das muss jeder wissen. Dort gab es nicht diesen freien Transfermarkt, den es heute gibt. Und deshalb waren die Spieler auch sehr bodenständig. Aber ich glaube schon, dass die Jungs in den vier Jahren, wo ich sie dort betreut habe, eine Menge gelernt haben. Ich habe also sehr leidenschaftlich als Trainer gearbeitet. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Die Jungs hatten Spaß, das gehört auch dazu. Wenn du im Fußball nicht locker bist, dann kannst du auch nicht erfolgreich sein. Man muss auch Spaß dabei haben. Das war 1984, 1985. Dort gab es mal so die Anfrage von Seisen von Chemie. Ich war eigentlich da nicht abgeneigt. Hätte das auch gern gemacht, weil es ja auch mein Heimatverein war. Und weil ich auch so ein bisschen Trouble mit dem DDR-Fußballverband hatte. Ich durfte einmal am Anfang nicht reisen, Anfang der 80er Jahre. Dann durfte ich reisen. Dann war ich Reisekader geworden. Und dann gab es aber so kleine Dispute. Wir waren nicht ganz so erfolgreich zur Junioren Europameisterschaft, wie man das hätte denken können im Vorfeld. Wir haben nach neun Jahren das erste Mal wieder die Qualifikation zur EM-Endrunde geschafft. Und ich hatte eine tolle Mannschaft mit solchen großen Namen wie Andreas Thoom, Thomas Doll, Ulf Kürsten, Olaf Marschall, Matthias Lindner, Sven Köhler, Heiko Bonan, um noch einige zu nennen. Die also dann auch nach der Wende eine Rolle im gesamtdeutschen Profifußball noch gespielt haben. Und wir haben es aber in Moskau nicht geschafft, uns ins Halbfinale zu spielen oder uns für die WM zu qualifizieren, weil die Jungs einfach schon ein bisschen übermüdet waren. Ich habe sicherlich auch nicht alles richtig gemacht. Aber da gab es ein bisschen Auseinandersetzung mit dem DDR-Verband. Und ich sollte dann eigentlich die nächste Mannschaft nach oben in den Juniorenbereich führen. Und man hat mich dann wieder hinten angestellt. Ich habe die jüngste Truppe übernommen. Und da wäre ich schon gerne bereit gewesen, obwohl mir diese Arbeit beim DDR-Verband riesen Spaß gemacht hat. Es gibt nichts Schöneres als mit den besten Nachwuchsspielen eines Landes zu arbeiten. Aber da wäre ich gerne zur Chemie gegangen. Aber da hat Karl Zimmermann gesagt, du bleibst hier. Wenn du gehst, das bestimmen wir. Das war halt so. Ja, das war ja sowieso eine ganz verrückte Zeit damals. Ich war Trainer Böhl, bin von Böhl nach Korea gegangen, habe in Korea gearbeitet. Und dann irgendwann hatte ich mal Hans Tröger angerufen. Ich konnte ja von Korea die DDR sehr gut anrufen. Hans hatte, ich glaube, er war sogar zu seinem Geburtstag schon im Oktober, ja, du musst wiederkommen und, und, und. Und ich sage, Hans, ich habe hier, ich stehe gut unter Vertrag und, und, und. Und dann haben wir mit größeren Abständen telefoniert. Und dann hat er irgendwann mal mit er und der Präsident Stamm damals, da hatten wir einen Telefontermin vereinbart, wo ich angerufen habe. Und da hat man mir angeboten, das muss ja im Anfang November oder so gewesen sein, dass ich die fusionierte Mannschaft vom FC Sachsen übernehme. Und da habe ich natürlich gesagt, okay. Und bin nach Leutsch gegangen, von Korea. Ja, ich habe einfach versucht, der Mannschaft, wie man das immer macht als neuer Trainer, wenn man kommt, erst mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen und Mut einzuflösen. Die Mannschaft hatte auch ein paar Spiele verloren. Das gelang nicht gleich. Es waren ja noch zwei Spiele vor der Winterpause, die nicht so erfolgreich waren. Und es ist immer schwierig, wenn man das Ganze nicht aus der Nähe verfolgt hat. Aber wir haben dann, denke ich, eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Und ich merkte schon, dass die Jungs, die haben gut mitgezogen. Und wenn man, wenn man die Rückrunde ansieht, dann, dann war das gar nicht so schlimm. Aber die Bedingungen waren ja insgesamt noch nicht so rosig, wenn man das mal mit heute vergleicht. Ja, und selbst in Korea hatte ich ja zum Teil bessere Bedingungen, auch wenn wir keinen ausgesprochenen Heimplatz hatten, als das damals in Leutsch noch der Fall gewesen ist. Aber dem musste man sich stellen. Und wir haben, wie gesagt, dann in der Rückrunde nach einer recht straffen Vorbereitung eigentlich ganz solide gespielt. Mit ein bisschen mehr Glück hätte man noch ein paar Pünktchen vielleicht mehr holen können. Aber damit war man eigentlich zufrieden. Und dann kam die Relegation. Ja, die Erwartungshaltung war durch die Rückrunde sehr hoch. Das muss man eindeutig sagen. Die Mannschaft hat eine solide Rückrunde gespielt gehabt. Und die Relegation, solche Spiele sind immer ausgesprochen schwer. Und das ist natürlich dadurch, dass wir mit Lok, mit dem zweiten Leipziger Verein in einer Staffel gespielt haben. Das war ein sehr unglückliches Los. Und das hat das Ganze natürlich erschwert. Nach dem Auftaktspiel war das also nicht so leicht, mit einer Niederlage zu Hause dann in die nächsten Spiele zu gehen. Und es gab schon eine ganze Reihe Probleme. Man weiß auch nicht, wenn man in die Relegation geht, wie ist die Einstellung der Spieler generell. Wer hat vielleicht schon woanders unterschrieben. Da kommt man auch nicht so genau ran. Und vielleicht war es auch aus heutiger Sicht nicht richtig, dass wir nochmal in eine Trainingslage gefahren sind nach Klein-Aspach. Ich würde es vielleicht heute nicht wieder machen, um die Spieler in ihren normalen Rhythmus zu lassen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Und dann hat man auch ein bisschen Pech mit ein paar Verletzungen. Ich denke, wenn ich das in Erinnerung habe, Uwe Verl, Zwecke Kühn, die waren also verletzt. Die waren also in der Serie schon recht ordentlich gespielt haben. Und da lief dann einiges am Baum. Und wenn es dann einmal geklappert hat, dann klappert es weiter. Und wir sind also dort wirklich ganz, ganz schwach in der Relegation gescheitert. Und das große Problem war, man war halt bis 16.45 Uhr Erstligatrainer und die Spieler Erstligaspieler. Und ab 16.46 Uhr war man Drittligatrainer und die Spieler waren Drittligaspieler. Und das war schon eine harte Nuss. Ja, das war generell eine sehr schwierige Zeit. Das muss man sagen. Uns haben etliche Spieler verlassen. In der Halbserie gingen dann leider noch mal einige weg. Und das war einfach nicht zu lösen. Die Mannschaft hatte nicht die Stabilität, die man gebraucht hätte, um wieder aufzusteigen. Ich hatte dem Verein auch zwei Konzeptionen schon, als ich aus Korea zurückkam, vorgelegt. Und ich habe dort auch nicht so diese Unterstützung des Managements und des Präsidiums gespürt. Weil das war einfach alles nicht professionell, was dort gemacht worden ist. Und wir haben natürlich, was die Verstärkung der Mannschaft anbelangt, keinen dazuholen können. Das muss man eindeutig sagen. Wir hatten Jungs, die wollten, die aus dem eigenen Nachwuchs kamen. Ich denke jetzt an solche Namen wie Wohlfahrt, Räderer, Schönitz, Frank Nierlich ist vielleicht der Einzige, der es geschafft hat. Der Hanisch war noch dabei, Triechmann, glaube ich, die so an die erste Mannschaft ankamen. Das waren gute Jungs, die einen Top-Charakter hatten. Aber das reicht nicht aus, um leistungsmäßig sofort wieder die Spitze zu erobern und dann direkt nach oben zu gehen. Wir hatten ja auch mal geplant, dass wir in zwei Jahren das schaffen wollten und diesen oder jenen Spieler ranholen. Aber das hatte leider nicht geklappt. Und als ich dann weg war, auf einmal wieder Geld da. Das war auch schön. Ja, Entlassung, man spürt das ja. Es gab ja auch so ein bisschen Diskrepanzen zwischen der Leitung und mir. Da gab es also mit dem Management ein paar Auseinandersetzungen. Und das war eine unschöne Situation. Und dann sagt man ja immer, wir stehen hinter dem Trainer. Aber du merkst das als Trainer ganz genau, wenn sich Leute immer weiter von dir entfernen. Das ist der normale Weg. Das gehört zu dem Geschäft dazu. Und da soll man auch nicht lange nachjammern. Das war schon ein bisschen hart. Erstens war es meine erste Trainerentlassung. Und zweitens war es natürlich auch mein Heimatverein. Aber ich bin da auch schnell drüber weggekommen. Und wie gesagt, am Ende ist das vielleicht dann auch immer eine Situation, wo man dann mehr oder weniger drüber froh ist, wenn man merkt, das läuft nicht mehr so. Da kann man viele Dinge nicht mehr kennen. Und dann ist so eine Trennung, da nimmt immer das Einfachste. Das war schade, aber das war halt passiert. Und hinterher fällt kein böses Wort mehr. Wir hatten, Detlef Graus, der war damals Geschäftsführer, und wir hatten dann schon so ein paar Dispute untereinander, weil wir, ich war immer für eine klare Trennung der Kompetenzen. So muss es auch sein. Man kann sich über alles unterhalten. Aber es muss eine klare Trennlinie geben. Das eine ist der sportliche Bereich, das andere ist der administrative Bereich. Da kann man zusammenarbeiten oder muss zusammenarbeiten, soll sich austauschen. Aber da waren viele Dinge nicht so. Und Detlef hatte mir noch 14 Tage vorher gesagt, nein, nein, du bleibst unser Trainer. Aber das sind ja solche Sprüche, die man auch heute noch immer in der Zeitung lesen kann. Und das heißt aber nicht, dass man lange noch da ist. Und er hat mir das dann auch gesagt, dass man meinen Vertrag auflösen wird und, und, und. Ich war damit einverstanden und habe dann auch, ohne große Abfindung zu kassieren, meinem Heimatverein das überlassen. Wir hatten dann vereinbart, ich glaube, ein oder zwei Monatsgehälter irgendwann nochmal zu bezahlen. Aber die sind dann auch im Insolvenzverfahren eingeschlafen. Aber das nur nebenbei, das ist auch am Ende vollkommen uninteressant. – Das ist auch am Ende – von der Zeitung. Aber die sind dann auch am Ende vollkommen. Das ist auch am Ende.